Hallo meine Freunde und herzlich willkommen in diesem Video. Heute schauen wir uns an wie man Wurzeln multipliziert und dividiert bei nicht negativen Zahlen. Also bleibt mit. Ja, starten wir mit dem ersten Wurzelgesetz. Wurzel aus A mal Wurzel aus B ist gleich Wurzel aus A mal B. Hier handelt es sich um die Quadratwurzel. Wenn ihr aber mit Kubikwurzeln und so weiter rechnen wollt, dann könnt ihr auch die Ente Wurzel aus A mal Ente Wurzel aus B ist gleich Ente Wurzel aus A mal B machen, aber meistens rechnen wir mit Quadratwurzeln, deswegen lassen wir es mit Quadratwurzel. Als Beispiel dafür ist zum Beispiel Wurzel aus 9 mal Wurzel aus 4. Gesetz anwenden, dann haben wir Wurzel aus 9 mal 4 und 9 mal 4 ist ja 36, das Ganze unter der Wurzel und Wurzel aus 36 ist 6. Und schon haben wir das Ganze ausgerechnet. Das Ganze hätte ich in dem Fall jetzt aber auch anders machen können. Ich hätte die Wurzel aus 9 ziehen können. Die Wurzel aus 9 wäre 3 mal die Wurzel aus 4 wäre 2 und 3 mal 2 wäre auch 6. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wieso mache ich das dann nicht immer? Wieso mache ich dann das so kompliziert, Wurzel 9 mal 4 und diese ganzen Zwischenschritte, wenn ich es vom Anfang an so machen kann? Ganz einfach. Wenn ihr zum Beispiel Wurzel aus 8 mal Wurzel aus 18 habt, Wurzel aus 8 ist keine ganze Zahl. Wurzel aus 8 hat unendlich viele Nachkommastellen und Wurzel aus 18 hat auch unendlich viele Nachkommastellen. Deswegen wäre es hilfreich sie in dem Fall miteinander zu multiplizieren. 8 mal 18 und 8 mal 18 sind 144 und Wurzel aus 144 wäre 12. Das selbe Gesetz gilt auch für geteilt durchrechnen. Das heißt Wurzel aus A geteilt durch Wurzel aus B ist nichts anderes als Wurzel A geteilt durch B. Ich empfehle jetzt immer diese Zeichen, also diesen Strich hier zu schreiben, damit man weiß, wo die Wurzel endet. Hier auch als Beispiel Wurzel aus 16 geteilt durch Wurzel aus 4 ist nichts anderes als Wurzel aus 16 durch 4 und 16 durch 4 meine Freunde sind 4, also Wurzel aus 4 und Wurzel aus 4 wäre 2. Ganz einfach. Hier hätte ich es auch anders machen können. Wurzel aus 16 ist ja 4 und Wurzel aus 4 ist 2. Das geteilt durch Zeichen bleibt. 4 durch 2 sind 2, wir erhalten dasselbe Ergebnis. Hätten wir aber jetzt zum Beispiel Wurzel aus 20 geteilt durch Wurzel aus 5. Wurzel aus 20 kann ich nur teilweise ziehen, Wurzel aus 5 genauso, sonst habe ich unendlich viele Nachkommastellen. Deshalb wäre es hier hilfreich, das Ganze so zu machen. 20 durch 5 und 20 durch 5 meine Freunde wären dann 4 und Wurzel aus 4 wäre 2. Dasselbe Ergebnis haben wir bekommen. Ich werde auch noch Übungsaufgaben zu dem Thema in der Videobeschreibung verlinken, natürlich kostenlos und die Lösungen auch, sodass ihr das Ganze trainieren könnt. Ja meine Freunde, das war es mit diesem Video. Ich hoffe das hat euch gefallen und ihr habt daraus was gelernt, das ist das Wichtigste. Mich würde es freuen, wenn ihr diesen Kanal teilen und abonnieren würdet und mir auf TikTok und Instagram folgt. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare oder auf Instagram. Wir sehen uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.